Ihr könnt outdoor im Moment noch einiges machen. Ich zeige euch hier eine Übung für die Brustmuskulatur. Wichtig ist, dass ihr eure Bauchmuskulatur anspannt und den Körper gerade haltet. Die erste Variante war ein bisschen leichter, dadurch, dass das Objekt höher ist, wo ihr die Liegestütze macht. Die zweite Variante ist schwieriger. Probiert einfach aus, was sich für euch gut anfühlt. Viel Spaß!